Oh Mann, das kann es doch wirklich nicht sein. Jedes Mal muss ich die ganzen Pakete alleine hier hochtragen. Zack, hier ist doch mal das letzte Paket. Oh Mann, ich habe echt keine Lust mehr. Wartet mal, hier vorne wohnt doch auch mein Mitbewohner, der Sammy. Ganz ehrlich, wir teilen uns hier eine WG. Er muss mir auch mal helfen. Hey Sammy, jetzt komm mal raus aus den Federn mal ganz ehrlich. Komm mal raus hier. Warte mal, was ist denn bitte mit dir passiert, Junge? Medusa ist in der Stadt. Ich muss mich verschicken. Einen Moment mal, du meinst Medusa? Ich weiß es noch. Wir hatten letztes Mal einen Kampf und nachdem wir diesen Kampf hatten, sind wir alle getrennte Wege gegangen. Aber sie meinte, sie kommt nie wieder in die Stadt. Das kann gar nicht sein, du hast mich nicht besiegt. Ich werde dich zerstören. Niemals, lass uns in Ruhe. Und zack, ey, boom, Alter, ich habe die Fels gemacht. Leute, ich habe irgendwie zurückverwandelt. Ich bin ja gar nicht mehr Zeus. Wie stark bin ich denn immer noch jetzt? Scheinbar ist sie etwas zurückgewichen, aber nicht komplett. Woran liegt das? Oh Mann, ich habe keine Ahnung. Hey, lass einfach uns und die Bewohner in Ruhe. Jeder geht seinen eigenen Weg. Na gut, ich werde nie mehr wiederkommen. Ist besser für mich. Oh ja, besser ist das. Na los, ab nach Hause. Oh ja, ich bin mir ganz sicher. Ich habe sie eigentlich besiegt. Sie ist aber wieder da. Und du musst sie aufhalten. Ich habe total Angst vor ihr. Oh Mann, du armer Sammy. Ja, okay, hör mal zu. Ich werde sie aufhalten. Ja, mach dir mal bitte keine Sorgen. Mach was. Ich muss mich verschicken. Oh Mann, ey, Freunde. Der ist ja völlig durchgedreht. Aber ich glaube es nicht. Ich und Medusa hatten einen Pack. Nachdem, naja, ich sie besiegt habe, meinte sie, sie kommt nie wieder zurück. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass sie zurückkommt. Ich glaube, dieser eine Sammy hat einfach seinen Verstand verloren. Naja, ab geht es ein bisschen auf den Markt, Leute. Wow, der chinesische Markt von nebenan. Schaut euch das mal an. Hier gibt es einfach alles. Auf geht's zum Markt, ey, einen Moment mal. Oh nein, wie süß ist das denn bitte? Ein Straßenkätzchen. Warte mal, was? Wieso rennt das Kätzchen bitte einfach weg? Die Schlange, die Schlange. Ich habe Angst vor dir. Warte mal, die Schlange. Hey, wohin willst du denn bitte? Welche Schlange bitte? Geh weg von dir, du Monster. Warte mal, ich Monster? Oh Mann, was ist das denn bitte, Freunde? Was ist denn bitte mit den Katzen dieser Stadt hier los? Nja, die Schlangen sind wieder da. Hilfe. Hä? Wohin will denn bitte diese kleine, süße, miese Katze? Oh Mann, die Arme. Was rennt sie bitte mit Schlange? Hat das vielleicht irgendwas mit Medusa zu tun? Naja, egal. Ich gehe direkt mal auf den Markt und... Wartet mal, Leute. Da vorne ist einfach meine... Meine... Leute, ich weiß nicht, ob ich es euch schon gesagt habe, aber... Naja, sie mag mich halt und ich mag sie. Hallo, Axi. Wie geht's dir? Oh, ähm, Aphrodite, was geht ab? Alles klar bei dir? Oh, du isst hier gerade, oder nicht? Ja, ich habe mir gerade was bestellt. Willst du auch? Oh, wow, warte mal. Du hast dir einfach eine Nudelbox bestellt? Ey, echt vielen Dank. Das schmeckt echt wirklich voll lecker. Setz dich erst mal hin. Wir müssen über etwas reden. Was meinst du? Ich sitze doch schon... Worüber müssen wir denn bitte reden? Alter, schmeckt diese Nudelsuppe lecker. Ja, also, ähm, wo soll ich nur anfangen? Ja, dieses Schlangenfrau ist wieder in der Stadt. Warte mal, was? Schlangenfrau? Das habe ich heute schon zum dritten Mal jetzt gehört. Was meint ihr alle? Bitte mit Schlangenfrau. Hey, komm mal bitte hier mit in die Ecke. Du weißt doch, was die beim letzten Mal gemacht hat. Sie hat mich manipuliert. Sie war total böse. Ja, die ist hierher gekommen. Und ist auch schon über den Marktplatz gerannt. Und hat geschrien, dass sie dich finden wird. Sie meinte, Oxy, ich finde dich. Egal, ob du die Kräfte von Zeus hast. Ich hole sie mir zurück. Warte mal, die Kräfte? Von wem? Wer soll das denn bitte sein? Oh Mann, ey, absolut keine Ahnung. Was für Kräfte bitte? Ich habe doch gar keine Kräfte. Das kann ich dir auch nicht genau beantworten. Sie meinte, sie hat dir mal irgendwas gegeben. Und diese Kräfte möchte sie jetzt zurückhaben. Leute, versteckt euch. Da ist der Schlangenjunge. Ganz genau, Leute. Setz einfach eure Sonnenbrille auf. Dann werdet ihr nicht versteinert. Also guckt ihn einfach nicht an. Geben Sie mir bitte schnell mein Essen. Ich muss hier weg. Du willst also dein Essen haben? Das kostet nicht einmal 50 Dollar. Kann aber ein bisschen dauern, ja? Ja, der Schlangenjunge ist da. Ich muss hier wirklich weg. Was? Der Schlangenjunge? Na gut, ich mache gleich auch dich. Ähm, eine Frage habe ich. Worüber reden die hier bitte alle? Wieso nennen die mich denn bitte Schlangenjunge? Was ist hier bitte los? Ja, weil diese Schlange hatte ja damals ihre Kräfte oder so gegeben. Und seitdem hat jeder Angst vor dir. Warte mal, was? Jeder hat Angst vor mir? Oh Mann, deswegen war dieser alte Obi das auch so in seinem Haus verstärkt. Oh Mann, ey, was mache ich denn jetzt bitte? Ja, ich glaube, du musst Medusa finden und dir die Kräfte zurückgeben, damit sie uns alle in Ruhe lässt. Oh Mann, aber dann hat sie doch diese Kräfte und wird die ganze Welt womöglich zerstören. Ja, dann musst du sie aufhalten. Ich weiß auch nicht, was du tun kannst. Na gut, hey, Aphrodite, lass uns heute Abend treffen. Ja, wir werden sie auf jeden Fall aufhalten. Ja, wir können uns gerne treffen. Sag Bescheid, wenn du es geschafft hast. Okay, na los. Oh Mann, Leute, was ist hier nur los, Mann? Ich habe so Angst. Leute, er kommt. Alle umdrehen. Ja, ihn nicht anschauen. Oh Mann, schaut euch das mal an, wie jeder extra wegguckt. Ey, woran liegt das bitte? Ey, entschuldigen Sie, Mr. Sir. Warum guckt mich bitte keiner an? Was ist hier bitte los? Mach, dass du wegkommst. Ich wollte nicht mit dir reden. Warte mal, nicht mit mir reden. Hey, ich bin nicht böse. Bitte, bleibt doch einfach mal stehen. Ich will einfach ganz schnell mein Essen haben. Und dann raue ich ganz schnell von ihr ab. Oh nein, da ist Orxy. Schnell, Leute, macht eure Läden dicht. Oh Mann, was ist bitte los mit den ganzen Leuten hier? Naja, Leute, ich muss erst mal ganz schnell nach Hause gehen. Ich check's echt nicht, Leute. Oh Mann, das kannst du doch echt nicht sagen. Äh, einen Moment mal. Das glaube ich jetzt nicht. Aha, nach dir haben wir doch die ganze Zeit gesucht. Du müsstest doch Orxy sein. Warte mal, was? Tim Russo, oh Mann, was willst du denn jetzt bitte von mir? Hey, hey, wir hatten eine Abmachung mit Medusa. Lass mich endlich in Frieden. Oh ja, aber diese Abmachung ist geplatzt. Denn sie will ihre Kräfte zurück. Die schlummern noch irgendwo ganz tief in dir. Die Kräfte schlummern noch irgendwo in mir? Das stimmt doch gar nicht. Lass mich in Ruhe. Unsere Meisterin hat gesagt, wir sollen dich zu ihr bringen. Oh ja, ganz genau. Also, komm mal her. Wir wollen dich fragen. Und kannst du nicht entkommen, mein Bester? Ha, 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 ha. Oh Mann, ihr drei seid einfach nur Handlanger von Medusa. Lass mich in Frieden. Schnell weg hier. Oh Mann, Leute, was wollt ihr mit von mir? Oh, die verfolgen mich. Oh, ich muss ihn ganz schnell weg. Na los, los, los. Warte mal, was ist das denn hier? Peelis Bananos. Darin kann ich mich bestimmt drinnen verstecken. Oh Mann, ich muss ganz schnell weg hier. Warte mal, ich kann in den Laden rein. Das muss ich nicht gestochen. Schnell mich verstecken. Oh Mann, ich glaube, die sind an mir vorbeigelaufen, Leute. Let's go. Kann doch echt nicht sein. Warte mal, was ist das denn bitte für ein Laden? Wo bin ich denn hier bitte drin gelandet? Herzlich willkommen beim Laden der Bananen. Warte mal, herzlich willkommen beim Laden der Bananen. Hey, ich brauche eure Hilfe. Ich werde verfolgt. Kann die mich hier irgendwo verstecken? Und wie wirst du denn verfolgt? Du wirst verfolgt? Von wem denn? Die Katze wurde auch verfolgt, hat sie mir gesagt. Aber ich hoffe, du sagst die Wahrheit. Ich will dir helfen. Oh, Emni, war nur ein Spaß. Okay, warte, die Katze. Oh Mann, naja, egal. Ich muss hier einmal kurz auf die Toilette gehen. Ja, ciao, ciao. Oh Mann, Leute, das kann doch echt nicht sein. Was ist bitte los? Warum verfolgen die mich? Ich glaube, darin könnte ich mich gut verstecken. Na los, schnell da rein, schnell da rein, schnell da rein. Und zack, ich soll hier einfach absperren. Oh Mann, ey, das kann es doch echt nicht sein, Mann. Und ich habe so Angst. Sabina, bist du es? Warte mal, Sabina, einen Moment mal. Was machst du denn bitte da drin? Aphrodite, ich bin es. Ich bin hier. Oxy, das ist das Mädchen-Klo. Oh Mann, Aphrodite, ich weiß ja schon. Kommt aber ganz schnell raus. Wir müssen uns ganz schnell hier hinschleiten. Hey, meinst du, wir werden verfolgt von den Handlern von Medusa, verstehst du? Äh, warte, was? Ich komme. Oh ja, ganz genau, komm mal ganz schnell her. Hey, wir haben ein riesiges Problem. Ich habe das Gefühl, dass Medusa uns verfolgt. Die hatten recht, die ganzen Leute. Warum sollte Medusa uns verfolgen? Ich dachte, sie ist nur hinter dir her. Oh nein, sie ist nicht nur hinter mir her. Ich glaube, sie ist auch hinter dir her. Sie will die ganze Stadt vernichten. Oh nein, liegt das vielleicht daran, dass wir uns verbündet haben? Das weiß ich nicht, aber wir müssen ganz leise sein. Oh nein. Warte mal, wer bist du denn bitte? Oh, ist hier besetzt? Ja, dann gehe ich in eine andere Toilette. Ähm, ja, okay, na gut. Oh Mann, das kann so ähnlich sein. Stell absperren. Hey, hör mal zu, wir sind echt in Gefahr, okay? Hier, Oxi, nimm die Adresse, das ist von einem guten Freund. Da kannst du hin, der kann dir helfen. Wow, vielen Dank, Aphrodote. Du bist immer zur Hilfe da. Na gut, ich schreibe mich hier raus. Oh nein, hörst du das? Und zack, schnell hier rein. Ich spüre hier eine übermenschliche Kraft. Hallo, ist das hier der richtige Laden? Ähm, Prost Mahlzeit. Wie kann ich euch behilflich sein? Hallo, wir suchen einen Mann namens Oxi. Ist er hier zufällig? Äh, keine Ahnung, wen sie meinen. Aber irgend so ein grüner Typ ist unten auf der Toilette. Oh nein, wir müssen oben irgendwie an denen vorbei. Oh ja, und ich hab auch schon eine Idee. Komm mit, komm mit, komm mit. Oh Mann, wir müssen erst mal die Lage abchecken. Dann los, jetzt ganz vorsichtig und leise sein. Und warte mal, der oben sitzt wirklich. Schaut dir das mal an. Oh nein, wir müssen irgendwie vorbei an denen. Na dann bedanke ich mich bei Ihnen. Jungs, runter mit euch. Wir können ihn jetzt essen. Oh ja, aber zuerst essen wir die Banane. Hahaha. Ah, komm her. Lecker. Komm her, du Banane. Schmeckt das lecker, das Fruchtfleisch. Und ich gehe schon mal runter zu Oxi. Oxi, gib mir meine Kräfte zurück. Oh Mann, jetzt ist unsere Chance. Komm schnell mit, komm schnell mit, komm schnell mit. Oh Mann, ey, sie darf uns hier an nicht sehen. Sei ganz leise. Sie läuft an uns vorbei. Okay, wir haben es fast schon geschafft. Hey, wir sind hier schnell raus aus dem Laden. Ja, nur noch an den Wachen dort vorbei. Oh Mann, was will die denn überhaupt von dir? Oh Mann, ich glaube, die ist immer noch sauer. Na gut, sie ist nach unten gegangen. Ja, Oxi. Ah, nee, das ist nur eine blöde Banane. Komm her, ich mache aus dir einen Smoothie. Ey, bitte nicht, bitte nicht. Ich habe deine Katze vor Oxi beschützt. Also, was laberst du? Komm her. Oh Mann, das ist doch echt nicht sein. Komm schnell mit, komm schnell mit dir ganz schnell weg. Oh Mann, ich glaube, zu dem Point, von dem du mir die Nummer gegeben hast. Ja, na los, ganz schnell hin dort. Oh Mann, das hier vorne müsste die Adresse sein, wo sie mich hingeschickt hat. Oh Mann, ist das etwa auf dem Navi richtig eingegeben? Und zack, hier direkt parken. Na los, hey, Aphrodote, bleib du erst mal im Auto. Ja, ich komme gleich. Hey, pass auf dich auf. Ich warte hier. Zack, na gut, bis gleich. Oh Mann, ich hoffe echt, dass ich diesen eine, diese eine blöde Medusa einfach abgehangen habe. Warte mal, zu dem hier sollte ich. Wer ist das denn, bitte? Schön, dass Hüftbein schwingen. Äh, einen Moment, meine Freunde, wer ist das bitte? Äh, Entschuldigung, äh, die Aphrodote, die können mir helfen. Ey Mann, ich war doch gerade hier am Tanzen, warum erschreckst du mich so? Oh, ähm, du warst hier am Tanzen, na gut, hör mal zu unter uns. Aphrodote, meinst du, du kannst mir irgendwie Kräfte geben oder so? Ah, der bist du, bist du Orksi mit diesen Schlangen da oder so? Äh, Orksi mit den Schlangen, ja, anscheinend schon. Hey, bitte gib mir Kräfte, ich werde heimgesucht von Medusa. Jetzt warte mal kurz, ich muss dich mal kurz abchecken, ob du Waffen mit hast. Äh, und zieh mal kurz die Hose runter. Äh, wirklich, ey, warte mal, die Hose, ey, nein, das lässt du bitte schön um. Ey, hör mal zu mir, ich werde die ganze Zeit verfolgt, verstehst du das? Und diese eine Kästchen, da verfolgt mich auch die ganze Zeit. Ja, aber auch nur ein Späßchen, komm mal hoch. Warte mal, hochkommen, na gut. Oksi, hör zu, das ist jetzt ein kleiner geheimer Tipp. Um deine Kräfte wieder zu erwecken, musst du einfach nur ein bisschen tanzen. Warte mal, tanzen, wie soll ich das denn bitte machen? Meinst du das etwa so und zack, ist das so etwa richtig? Ich muss ja etwa so mein Hüftball schwingen. Ja, das ist richtig, ganz genau, mach weiter. Oh Mann, aber wie soll ich bitte so meine neuen Kräfte entdecken? Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Oh Mann, so langsam glaube ich echt, dass er mich angüht. Oksi, du musst einen anderen Tanz anwenden, der funktioniert anscheinend nicht. Einen anderen Tanz, na gut, ich probiere es mal aus. Äh, wie findest du den hier, den habe ich von meinem Vater gelernt. Ja, genau. Boom, ey, ist das so richtig? Schön die Hüfte schwingen. Okay, warte mal, so, tack, rechts, links, rechts, links, vorne, hinten. Oh genau. Ist das so richtig oder was? Oh Mann, ey, wie lange musst du das noch machen? Äh, weiß ich nicht, vielleicht funktioniert es auch nicht. Mach mal noch einen anderen Tanz. Oh Mann, das kann doch echt nicht sein, Mann, welchen Tanz soll ich denn bitte machen? Pass mal auf, ich zeig dir mal, wie man richtig tanzt. Warte mal, na gut, warte mal. Und los. Wie gut, was denn bitte? Einen Moment mal, das kann ich doch auch. Und, na los, hier, zack, rechts, links. Genau, du kannst es, komm schon, komm schon, komm schon. Ist das so richtig oder was? Oh Mann, ich kann nicht mehr wirklich, war es das jetzt endlich? Warte mal, ich sehe da was, ein kleiner Fug, warte mal kurz. Meine Kräfte kommen vor, was passiert hier bitte? Ja, 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 welch ein schöner Tag, so ein warmer Abend, ich warte hier mal im Auto. Aha, da vorne ist ein grünes Auto, das passt doch zu Orksi, er ist bestimmt in der Nähe. Ja, hier ist alles so friedlich, mir wird bestimmt nichts passieren, diese Medusa jagt ja eh nur Orksi. Meisterin, ich denke, der Drill ist so aphrodote, wollen wir sie auch essen? Ach, seine kleine Freundin, ja, natürlich wollen wir die auch haben, ich werde ihn alles in sein Leben nehmen. Miu, 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 miu. Oh, so eine süße Katze, Mietz, Mietz, ihr könnt sie essen. Ja, wir essen sie. Sehr gut, Meisterin, und jetzt gehen wir zu Orksi, man sieht, ob er im Auto ist. Oh Mann, wo bleibt er denn bitte? Ich mache mir so Sorgen. Oh, was passiert hier? Ah, warte mal, habe ich mich etwa verwandelt? Warte mal, wie sehe ich denn jetzt bitte aus? Orksi, du hast jetzt eigentlich deine wahren Kräfte entwickelt, du bist wieder richtig stark. Oh wow, ich sehe es, das glaube ich nicht, warte mal, hörst du das? Orksi, hilf mir, lass mich in Frieden. Oh, 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 nein, hast du was gehört? Ich muss ganz schnell nach unten, oh Mann, ich hoffe... Ich komme mit, ich komme mit. Was passiert, na los, schnell, 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 und, warte mal, glaube ich jetzt nicht, die, sie werden angegriffen von Medusa. Haha, na, Orksi, wie du siehst, habe ich sie gefangen genommen, komm doch und rette sie. Oh nein, warte mal, was, das glaube ich jetzt nicht, was hast du nur mit ihr gemacht? Oh Mann, ich konnte meine Kräfte wieder neu erwecken, siehst du das? Ach, du denkst, das nützt dir was? Das sind alles meine Kräfte. Du hast nur einen Furz von dem gekriegt, was ich besitze, Handlanger, greift ihn. Oh ja, wir greifen jetzt an. Oh ja, Meister, wir greifen jetzt an. Warte mal, was, ihr wollt mich angreifen? Oh Mann, ganz kurz, schnell zurück. Oh Mann, ihr seid echt stark, Mann, aber stärker als ich seid ihr nicht, versteht ihr das? Nimm das, Mann. Was, die wollen mich angreifen? Niemals. Fuck, Alter, nimm das, boom, Alter. So stark wie ich seid ihr nicht, versteht ihr das denn nicht? Teleportation. Warte mal, was, das glaube ich jetzt nicht. Wie bist du mit hinter mir gekommen? Hallo. Oh nein, was hast du vor? Nimm das. Was? Oh nein, ouch. Das hat echt weh, Mann, ganz ehrlich. Komm her. Und, Junge, nimm das. Der hat gesessen und du riechst auch noch ein. Ein, zwei, drei und, bam, Alter, nimm das, boom. Warte mal, du hast ihn einfach ausgehalten, den Schlag? Oh ja, ich bin so stark. Warte mal, was? Oh nein, was hast du bitte vor? Nicht in meine Säcke. Ah, aua, Mann, das tat echt weh. Das ist eine Augenweide für mich. Das macht ihr sehr gut. Weiter so. Maxi, bitte hilf mir. Ich bin schwer verwundet. Du musst das überleben. Rette mich. Rutsch, ich bin verletzt. Ganz ehrlich, das kriegt ihr sowas von zurück. Na los, schnell Schweden aus der Unterwelt ziehen und jetzt bin ich bereit für den ganzen Kampf. Mann, kommt her. Ich werde euch jetzt sowas von fertig machen. Und, bam, nimm das. Zack, zack, zack. Und, zack. Oh, pass mal, wie stark bin ich bitte? Das hätte ich niemals erwartet. Nein, bitte nicht, bitte nicht. Nimm das, bam. Habe ich sie etwa beide besiegt? Ich glaube, ich habe es geschafft. Oh Mann, Oxi, du tust mir leid. Du hast an meine Hand lange gedacht, aber nicht an mich. Jetzt mache ich dich fertig. Pass mal, pass. Oh nein, ich habe mich ganz vergessen. Bitte nicht. Nein, nein, nein. Autsch, autsch. Mann, mein Kopf tut so weh. Autsch, Mann. Wo hat sie uns so hingebracht? Warte mal. Was machen wir hier bitte? Ich habe doch gesagt, du wirst wieder zurückkommen und ich werde mir jetzt all deine Kräfte wieder nehmen. Oh ja, Meisterin, nehme ihm alle seine Kräfte weg. Die sind die stärksten und die coolsten. Oh Mann, ganz ehrlich, was willst du bitte von uns? Ein Moment, autsch. Was ist das bitte in meinem Kopf drin? Ist das einfach eine Schlange? Oh nein. Ja, natürlich. Das ist meine gute alte Viper. Sie wird all deine Kräfte aussaugen und dann kommt sie zurück zu mir und gibt sie mir zurück. Oh, Autsch, es tut so weh. Was machst du nur? Und als erstes versteinere ich deine komische Freundin. Nein, ich habe mir ihre Augen reingeguckt. Du bist vor meinem Blick hypnotisiert und du wirst zu Stein. Los, meine Schlangen. Was? Nein, sie haben sie einfach versteinert. Oh nein, was hast du mit ihr gemacht? Hey, du bist so fies, weißt du das? Ich werde dir alles nehmen. Ich habe dir damals alles gegeben. Jetzt nehme ich mir alles wieder zurück. Oh Mann, hey, ich habe mir überhaupt nichts angetan. Lass mich endlich hier rausgehen. Warte mal, ich habe hier noch meine Waffe. Äh, komm her mal. Äh, äh, Baba. Autsch, ich kann mich kaum noch nichts bewegen. Du denkst, dieses mickrige Schwert wird mir wehtun? Oh nein, Leute, was mache ich jetzt nur? Sie wurde versteinert und in diesem Moment bin ich auch noch dran. Oxy, das war es mit deinem Leben. Ich habe dir vertraut, aber meine Schlangen werden dich jetzt auffressen. Oh nein, oh nein, was hast du noch vor? Nein, oh Mann, ich kann nicht mehr. Das war es mit dir. Gute Nacht.